Hallo und herzlich willkommen zum neuen Abenteuer von Sarah und Rob. Du kannst nicht nur durch dieses interaktive Buch blättern, sondern auch vieles selbst entdecken. Manche der Objekte, die du auf den einzelnen Seiten siehst, kannst du zum Leben erwecken, wenn du sie antippst. Wenn du magst, kannst du aber nicht nur das Buch lesen, sondern auch verschiedene Puzzles lösen und die Funktionsweise von Batterien selbst erforschen. Vielen Dank.